Hallo! Wir machen heute einen Ausflug und zwar fahren wir mit der Öxne-Bahn. Das haben wir uns jetzt schon seit zwei Jahren vorgenommen, seit wir hier wohnen und das hat irgendwie nie so geklappt und jetzt machen wir das heute. Und da werden wir euch ein bisschen mitnehmen. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt sind wir wieder raus aus dem Oechsle. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das ist jetzt hier auch unser erster Vlog gewesen und es folgt jetzt mehr. Ihr könnt uns gerne meine Folgen auch auf Instagram. Wir freuen uns über jeden Abonnent und bis bald!